was kommt als nächstes weltstrecken meisterschaften besteht aus zwei oder mehreren die finale die finale platzierung wird anhand der gesamtheit insgesamt für ihre leistung in jedem rennen verdienten punkte ermittelt sie könnte ihr auto während einer meisterschaft nicht wechseln sie ihre wahl also sorgfältig vor beginn nein 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 quatsch meisterschaft ist hier ok meisterschaft ist ja ok musste egal welche ich ein auto nehmen soll nicht das also gut ich nehme trotzdem das und ich muss sagen jetzt geht's los ok nur zwei ich dachte mehrere eigentlich wollte ich genauer gerne mal haben ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei Rake muss ich nämlich selber aufpassen. Ich muss mich dann ganz vorsichtig in die Kurve fahren, das stimmt. Ich muss mich dann ganz vorsichtig in die Kurve fahren. Ich muss mich dann ganz vorsichtig in die Kurve fahren. Ich muss mich dann ganz vorsichtig in die Kurve fahren. Ich muss mich dann ganz vorsichtig in die Kurve fahren. Ich muss mich dann ganz vorsichtig in die Kurve fahren. Ich muss mich dann ganz vorsichtig in die Kurve fahren. Ich muss mich dann ganz vorsichtig in die Kurve fahren. Ich muss mich dann ganz vorsichtig in die Kurve fahren. 12 boah was da muss ich eins von drei aus wenn okay es wirft okay so oft alles klar das ist genauso wie bei nie von speed paper glaube ich in dem in dem man auch so 11 also eine 1 von 3 belohnen aus gewettert und dann also bekommt nur also er aber kann nur ein teil und so aber es hat nichts mit dem auto vergess es aber sowas ok ok lange lange reno gott zu zählen ich glaube wollte das war warte ich muss erstmal zurück ich glaube das wasser findest du ja ok ich beende trotzdem das wenn ich ins kaffee reingehe ja und also ich bin glückwann zu ihrem sieg beim renntag auf dem heizbegring brain central hat jetzt geöffnet im brain central könnte sie in ihrem modell und rennwagen aus den 21 jahrhundert kaufen schauen sie die auf jeden fall vorbei sehr gut da endlich doch mal trophäen ist eigentlich hier so wenn du buchen was gibt es denn hier na gut ich glaube ich gucke einfach nur viele viele autos wie viele es noch gibt über vier ich glaube ich wette mal